Es gibt unglaublich viele Videospiele und vieles davon ist ziemlich scheiße, aber vieles davon ist auch ziemlich gut. Wie soll man da den Unterschied erkennen? Hier können wir dir helfen, denn wir zeigen dir genau, was ein Spiel dir überhaupt bietet, welche Schwächen es hat und was es für Alternativen gibt. Also wenn du noch heute Teil vom Trolltest rudelst, abonniere uns auf YouTube. Trolltest.de Troll für das Spiel Test für den Spaß Test für den Spaß